Gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen fällt es immer schwerer, talentierte Mitarbeiter zu finden. Matthias Geis, Martin Trenkle und Yannick Keller, die Gründer der Campusjäger, setzten vor einem Jahr genau an dieser Stelle an, um Studenten und Unternehmen zusammenzubringen. Wir bringen spannende Unternehmen und engagierte Studenten zusammen und übernehmen für die Unternehmen den kompletten Recruiting-Prozess bis hin zum Bewerbungsgespräch. Die Unternehmen finden durch uns viel schneller passende Kandidaten und gehen durch unser innovatives Konzept kein finanzielles Risiko ein. Auf der anderen Seite wird den Studenten die aktive Jobsuche durch ein intelligentes Matching abgenommen, um ihnen spannende Jobs in den Unternehmen zu vermitteln. Seit unserem Markteintritt vor fünf Monaten haben sich allein in Karlsruhe schon über 1000 Studenten und fast 100 Unternehmen für Campusjäger entschieden. Diese intensive Nachfrage hat uns gezeigt, dass es an innovativen Konzepten im studentischen Recruiting bisher gefehlt hat. Von Beginn an war den Gründern der Campusjäger wichtig, eine benutzerfreundliche Plattform zu entwickeln, die den heutigen Anforderungen gerecht wird. Wir haben direkt mit einer mobilen Applikation gestartet und haben nach kürzester Zeit einen extrem starken Traffic auf dem mobilen Weg gemerkt. Viele Studenten nutzen das Handy unterwegs, sogar für die Jobsuche und deswegen muss man auch auf diesem Weg vorbereitet sein. Und vorbereitet wird aktuell auch schon, dieses Konzept in anderen Universitätsstädten zu verbreiten. Wir haben für Karlsruhe gezeigt, dass unser Konzept funktioniert und dass wir hier noch stärker wachsen können. Und wir bauen momentan eine Plattform, mit der wir unsere Prozesse automatisieren können und das Ganze dann skalierbar machen können. Das heißt, wir gehen im nächsten Jahr weitere Standorte an, um unser Konzept dort auch zu etablieren.